Hallo liebe ElbkickTV Zuschauer, mein Name ist Marc Nizolka. Ich bin vom Sportmikrofon und schreibe seit mittlerweile fast vier Jahren über den Hamburger Amateurfußball und ich stelle euch heute meine Top 3 Erlebnisse vor aus dem Hamburger Amateurfußball. Top 3, würde ich sagen, war das erste Heimspiel vom FC Süder Elbe in der Hamburger Oberliga gegen SC4 in Marschlande vor zwei Jahren, als Süder Elbe damals aufgestiegen ist und dann das Auftaktspiel hatte. Damals waren gut 1300 Zuschauer am Kiespark, was für den Amateurfußball schon wirklich sehr, sehr ordentlich ist an Zuschauerzahl und es war super Wetter. Damals ein tolles Spiel von Süder Elbe zum Auftakt gesehen mit richtig super Offensivpower und das hat richtig viel Spaß gemacht auch darüber dann zu schreiben. Top 2 Erlebnis war Pauli 3 gegen Buxtehude 2 aus der letzten Bezirksliga Südsaison. Das Spiel ging damals, wenn ich mich nicht irre, 3 zu 5 für Buxtehude aus. Es gab rote Karten im Spiel, verschossene Elfmeter, Pöbeleien auf den Schiedsrichtern, Pöbeleien unter den Spielern. Es war so eigentlich alles dabei in hohem Maße und ich musste das dann auf relativ wenig Text zusammenfassen, das Ganze und das war eine ordentliche Herausforderung, aber auch das hat man dann meistern können und das war auch eine schöne Sache. Ja, mein Top 1 Erlebnis bislang im Amateurfußball war eines der ersten Spiele in dieser Bezirksliga Südsaison. Der TSV Buchholz 08 2 gegen Türke 2 diese Saison, wo Türke nur mit zehn Spielern angereist ist zuerst. Dann kam noch ein Elfter dazu, aber dieser Elftespieler wollte dann nicht direkt mit aufs Feld kommen, weil er, glaube ich, gehofft hat, dass noch andere kommen, die vielleicht aus seiner Sicht besser sind als er selbst. Und dann haben Zuschauer aus Buchholz ihn dann gefragt, warum er denn nicht aufs Feld geht und dann kam die Antwort, ich warte noch ab und diesen Satz fand ich sehr schön, weil das natürlich schon für seine Mannschaft eine erhebliche Schwächung war, dann mit zehn zu starten anstatt mit elf Spielern. Bis zum nächsten Mal.